Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Bibliothekstandorte und Verfügbarkeit. Wenn Sie sich über die Bestände in den Bibliotheken der Freien Universität informieren wollen, dann reicht die Recherche im Suchraum FU-Katalog. Bitte beachten Sie, dass die vollständigen Ausleihinformationen und die Bestelloptionen nur angezeigt werden, wenn sie in Primo angemeldet sind. Die Benutzungsmodalitäten können für verschiedene Benutzergruppen unterschiedlich sein. Sie hängen also davon ab, ob Sie zum Beispiel Studierende der Freien Universität oder externe Nutzende sind. Klicken Sie auf Verfügbar, um zur Anzeige der Standorte zu gelangen. Hier können Sie sehen, in welcher Bibliothek das Buch wo steht und ob es gerade ausgeliehen ist oder nicht. In diesem Beispiel gibt es das Buch in zwei Bibliotheken. Das Exemplar in der Philologischen Bibliothek kann nur dort vor Ort im Lesesaal genutzt werden. Das Buch in der Universitätsbibliothek steht im offenen Magazin. Das heißt, Sie können es sich selbst aus dem Regal nehmen und für vier Wochen ausleihen. Notieren Sie sich dazu die Signatur. Adresse und Öffnungszeiten eines Standortes erfahren Sie durch Klick auf das kleine i. Dieses Symbol zeigt den Standort in Google Maps an. Die Philologische Bibliothek und die Campusbibliothek haben Online-Leitsysteme, die helfen, die Standorte innerhalb der Gebäude zu finden. Dieser Weg zum Buch wird dann hier angezeigt. Eine erzielte Treffermenge können Sie auch nach Standorten filtern. Ausgeliehene Bücher erkennen Sie am Orangenen nicht verfügbar. Im Bereich Standorte erfahren Sie, wann die Leihfrist des Buches endet und können es vormerken, damit die Leihfrist durch den jetzigen Nutzenden nicht verlängert werden kann. Dazu klicken Sie auf Bestellen vormerken. Den Abholort können Sie auswählen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Sie das Buch abholen können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für's Zuschauen.